Leitstreifen freihalten, ob die Frau das gelernt hat? Ich hab meinen Impftermin verpasst, weil ich den Termin nicht gesehen hab. Ich hoffe, den nehm ich noch dran. Ist hier die Ampel grün? Ich hab keine Ahnung. Bei der Ampel hab ich auch keine Ahnung, ob sie rot oder grün ist. Nee, die ist rot, da fahren Autos. Und hier ist kein Drücker. Ich geh einfach rüber. Scheiß drauf. Mach die Stadtbarriere frei. Okay, ist die Ampel rot oder grün? Oh, das riskiere ich jetzt nicht, da sind Autos. Ja, die fahren los. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Scheiße, soll ich's tun oder nicht? Ach, gut, dass ich gewartet hab, alles klar. Jetzt geh ich rüber. Parallel fahren die. Ich geh rüber. Das sind so Tage, da wünschte ich, ich könnte 100% sehen. Den Pfad links nutzen, dann in 150 Meter rechts abbiegen auf. Weltkonsgarten. Und dann dem Leitstreifen folgen. So. Oh, Entschuldigung. Okay. Wuhu, Impfung ist geglückt. Ich hab meine Gelbfieberimpfung. Jetzt steht Togo nichts mehr im Wege. Bald geht es nach Togo.